Hallo zusammen! Heute habe ich eine Mail bekommen, mit der Bitte doch einmal den Titel Vielleicht kann es Liebe sein, von Franz Lambert zu spielen. Ich muss eingestehen, ich kannte den Titel gar nicht, habe dann mal in YouTube gestöbert, da gibt es einige Versionen auf Tyros-Keyboards gespielt. Ich habe mir dann einfach auch mal die Noten so rausgeschrieben als Skript. Das sieht alles etwas wild aus, aber es müsste für die Interpretation reichen. Natürlich habe ich keine Versiorgel mit dem entsprechenden Klang, ich habe auch keine Zusatz-Specs mit entsprechenden Sounds. Ich habe versucht, mich in etwa an dem Original zu orientieren. Wer Interesse an meiner Registrierung hat, kann die natürlich wie immer kostenlos von meiner Webseite downloaden. Vielleicht kann es Liebe sein, Franz Lambert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Musik 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 Musik